Hallo beim Kurzwellensender. Heute sind wir wieder fast alle da und zwar der Phil. Tönen Tag. Und der Jan. Halli, hallo. Und der Ben. Hallo. Und Mario hat uns versetzt. Keine Ahnung, was da los ist. Er hat fest zugesagt diesmal. Ja, wahrscheinlich auf Bewährung noch nicht raus. Vielleicht, keine Ahnung. Naja, wir haben jetzt lange genug gewartet. Wir starten jetzt. Jetzt, Mario, du kannst dir das ja anhören. Und heute geht es um die dritte Folge von Watchmen, die Serie, die wir hier auf dem Kurzwellensender vor kurzem begonnen haben. Nochmal zur Erinnerung, falls jemand sagt, warum dauert das so lang? Wir haben gesagt, wir machen alle vier Wochen etwa, veröffentlichen wir eine Folge und auch alle vier Wochen, dann aber um circa zwei Wochen versetzt, dann eine Folge auf dem Impuls-Sender. Da haben wir zuletzt Starship Troopers veröffentlicht. Wer das hören will, kann das dort nachhören. Wir machen quasi so unser eigenes kleines Podcast-Universum. Genau. Und natürlich, wer noch Lost hören will, es gibt auch alle Folgen von dort. Und wer Battlestar Galactica hören will, da gibt es auch alle Folgen von dort. Aber jetzt zu Watchmen. Watchmen Episode 3. She was killed by Space Junk. Merci beaucoup. Ja, ich spreche diese Sprache nicht so gut. Diese tote Sprache? Ich kann nur meinen Namen sagen und möchtest du mit mir schlafen. Mehr kann ich auf Französisch nicht. Das war doch Spanisch. Achso. Nein, das war Französisch. Wie ist denn dein Name auf Französisch? Philipp. Achso. Großartig. Ja. Ich habe, dummerweise, weil ich die Folgen ja auch auf Englisch gucke, schon wieder vergessen, den deutschen Titel zu recherchieren. Hat den jemand auf Lager? Oder ist der wortwörtlich übersetzt? Ja, sie wurde von Weltraumschrott erschlagen. Okay. Tatsächlich. Etwas sperrig, aber na gut. Und der Titel stimmt auch noch gar nicht, wie wir das später erfahren werden. Eben, meinte ich ja. Achso. Fühle mich leicht enttäuscht an der Folge. Verstehe. Ich verstehe. Ich fühle mich irgendwie gar nicht enttäuscht. Mir hat die Folge extrem gut gefallen. Ja, das auf jeden Fall. Die hat dir sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, das stimmt. Gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Die Wertung geben wir ja keine. Du hattest ja in den vorigen zwei Folgen des Kurzfällen-Senders schon angesprochen, dass sie so eine ähnliche Struktur haben. Und teilweise erkennt man das hier auch wieder. Eben, es gibt den Schnitt mit Jeremy Irons. Der kommt aber diesmal nicht am Ende, sondern ein bisschen früher. Und es gibt keine Rückblende. Ja, Rückblenden gibt es ja schon, aber eben nicht ganz nach früher, sondern zurück auf die ersten Folge zum Beispiel. Achso. Nämlich, ja. Also hier das Neue, was man sieht, was ja nicht in Tulsa ist, es werden neue Charaktere eingeführt von außerhalb der Stadt. Aus Washington. Und das werte ich mal so ein bisschen als, ja, das, denn die werden dann ja erst hingeschickt, nachdem der Käpt'n tot ist. Eine Special Agent. Und da ist ja nochmal ein Rückblick, der eben zeigt, in was für einer Abteilung sie eigentlich arbeitet. Denn sie arbeitet in der Vigilante-Verfolgung, also der Selbstjustizvollstreckung. So kann man das so nennen. Und sie stellt den selbsternannten SuperheldInnen fallen und wir sehen das bei einer Geiselnahme in einer Bank. Und sie ist die Geiselnehmerin und dann kommt eben einer der Superhelden herein und will die Geiselhaft auflösen. Und sie, so wie alle anderen in der Bank, holt auch einfach so eine Polizeimarker hervor und sagen, psych, just a prank. Ja, und damit verhaftet sie dann. Genau. Nachdem sie ihn genau aufgeschossen hat. Er war ja auch so, er lernte sogar diese Stimme, release the hostage. Ja, und sie verhaftet ihn, indem sie ihm in den Rücken schießt. Ja. Und ihr Kollege sagt auch, woher wusstest du, dass er eine kugelsichere Rüstung hat. Und sie antwortet gar nicht drauf. Geht sie einfach, genau. Und presst die Lippen zusammen wie Dirty Harry. Und ich habe noch nie Dirty Harry gesehen, aber genauso stelle ich mir Dirty Harry vor. Also sie heißt Jean Smart, ist die neue. Und ich schätze auch mal ein Charakter, der bleibt für ein paar Folgen. Ja, man sieht ja oder es wird ja auch angedeutet, wer sie sein könnte oder wer sie mal war. Das wird nicht nur angedeutet, oder? Ja, es wird nicht namentlich erwähnt. Ja, das wollte ich gerade sagen, also das meinte ich mit, es gibt viel Vergangenheit auch. Ach so, wenn es nicht durch Flashbacks ist. Ja, nee, das meine ich gar nicht. Die Ex von Dr. Manhattan, oder? Ja, das genau, aber es gibt ja die Szene, wo sie zu Hause ist und ihre Eule füttert. Also ihre Eule. Und dann sitzt sie oder steht sie quasi vor so einem gemalten Bild, wo halt vier Superhelden drauf sind. Aber man sieht eben nur drei. Und in dem Moment, wo sie dann aufsteht, sieht man, dass sie quasi ihr eigenes Bild verdeckt hat. Genau. Und die war wohl eine dieser großen vier von damals. Genau. Sie war Silk Spectre. Ah, Silk Spectre, so ich sie, genau. Und eben Dr. Manhattan und Night Owl. Und deshalb hat sie diese Eule. Ja. Und das ist ja auch sie, und sie, sie, nein und Osemandias. Sie erzählt auch über die ganze Folge, diesen Witz da am Telefon, über dieses, über dieses Telefon, an dem er Dr. Manhattan irgendwie Nachrichten schicken kann auf den Mars. Ja. Und ich hatte ja die ganze Zeit gedacht, das wäre Bullshit. Und am Ende dann doch wieder nicht so ganz gedacht. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre Fake, dass es einfach so für die Leute aufgestellt wird. Und eine Touristenfalle. Ja, genau. Wie die Weihnachtsmänner, die in allen Supermarkten sitzen. Ja, genau. Nur plötzlich kam der Weihnachtsmann dann doch. Vielleicht. Kommen wir dann noch. Ich habe ehrlich gesagt immer wieder vergessen, also den Witz, den sie erzählt, das beginnt sich ja wirklich ganz am Anfang, wo sie dann sagt, ah, Mist, hab die Pointe verhauen. Und dann gibt es ja die Überblendung zu der Bankszene. Der war für mich so zerstückelt. Ich hatte am Ende nicht mehr die Ahnung, wie der angefangen hatte. Naja, am Anfang wirft doch so ein Mädchen einen Ziegel in die Luft. Und dann sagt sie, oh Mist, ich habe den Witz verhauen und ich fange jetzt einen zweiten an. Und ganz am Ende kommt dann halt raus, dass dieser Witz eigentlich den alle anderen gerappt hat. Also, dass der dann noch zu Ende geht. Äh, weil ich habe gedacht, ah, der Ziegel ist wieder da. Aber hä? Hä? Ja, sie sagt ja dann, ich bin das Mädchen, das den Ziegel geworfen hat. Ja, ich bin anscheinend nicht auf dem Humorlevel von Dr. Manhattan, aber es ist auch okay. Ich glaube sogar, und ich weiß nicht, ob du da jetzt eben hin wolltest, als ich dich unterbrochen habe, Phil, diese Witze, die dann dazwischen sind, die gehen ja auch über so drei Superhelden. Nun, das sind wahrscheinlich Anspielungen auf die drei, oder? Das sind, ja genau, das sind eben, das sind Night Owl, Ozymandias, Dr. Manhattan und sie. Genau. Und das soll eben, genauso wie auch, wie sie diesen Batman einfach in den Rücken schießt, hat sie mit diesem Superhelden-Kapitel anscheinend sehr deutlich abgeschlossen und hält nicht mehr so viel von denen, weil die fahren ja alle zur Hölle. Ja, sie sitzt hier. Und ich weiß auch nicht, ob das, ja, genau, nein, das, ja, sag du erst mal. Ich wollte sagen, sie sitzt jetzt, sie sitzt in ihrem Apartment nach getaner Arbeit und macht so einen Koffer auf mit einem leuchtend blauen Schein, das hat mich sehr an, äh, halb Fiction erinnert, ganz genau. Und was aber in dem Koffer wahrscheinlich ist, werden wir später noch erfahren. Auf jeden Fall wird sie jetzt aber unterbrochen. Von einem Senator. Ja, ich hab wirklich überlegt, wird es so bleiben wie in Pulp Fiction, dass man nicht weiß, was im Koffer ist, oder wird es hier gezeigt? Oder wir wissen jetzt, was in dem Koffer bei Pulp Fiction war. Ja, nur in einer anderen Farbe. Da leuchtet es ja nicht blau, sondern golden. Stimmt. Der Goldständer. Oh, Entschuldigung, Spoiler. Dr. C3PO. Der Arm von C3PO, den er verloren hat. Der Arm. Der ist doch silber, dachte ich, oder war das das Bein, das eine? Der war rot. Egal. Der Ersatzarm war rot. Ach so. Aber ein Bein war immer silber. Wo ist silber? Guck dir mal ein Bild von C3PO an. Irgendein. Ja, es gibt auch diese Trailing-Karte. Cannot be anziehen. Oder sogar ein Goldständer hat. Okay. Jedenfalls wird sie dann vor einem Senator unterbrochen. und den bittet sie auch rein. Dann erfahren wir erst mal, dass die Eule Hu heißt. Ein Hu-Witz. Ja, der war lustig. Da habe ich überlegt, wie das wohl im Deutschen übersetzt wird. Wie heißt die Wer? Na, die Eule. Wer? Das ist eine gute Frage. Ja, aber hat ja nichts mit Hu zu tun. Aber fand ich sehr lustig. Würde ich jetzt echt gerne wissen. Aber es hat niemand auf Deutsch, oder? Nö. Nö. Amazonia Prime und Sprachunterschiede. Ja. Vor Sprachspuren. Ein Horror. Fragen wir einfach den anderen Podcast. Welchen anderen Podcast? Keine Ahnung. Okay. Ich wette, Mario hat es auf Deutsch. Ja, aber der ist nicht da. Weil er gerade den anderen Podcast aufnimmt. Das kann sein. Hm. Ja, und der Senator, ist das ein Senator oder ist das ein Gouverneur? Ja. Senator, ja. Den kennen wir ja auch schon. Kennen wir den noch nicht? Ich wüsste nicht. Ich dachte, der kam schon vor. Ich fand den noch nicht. Okay, dann kennen wir ihn vielleicht noch gar nicht. Doch, natürlich. Der war auf der Beerdigung von dem Polizeichief. Ah, aber die Beerdigung konnte er noch. Nicht auf der Beerdigung, auf der Trauerfeier. Ach so. Nein, nicht. Im Haus. Das kann sein. Im Haus. Das hätte ich mich nicht mehr dann. Ja, okay. So lange her. Da gab es für mich andere Foki als ihn. Und dann geht es darum, dass er, glaube ich, will, dass sie die Sache untersucht, oder? Da drängt er sie so ein bisschen hin. Ja. Also nämlich den Tod vom Polizeichief. Genau. In Toza. Ja, und macht da ja auch noch so ein, also weil sie ist ja nicht so richtig heiß drauf. Oder ist ein extrem ambitionierter Mann. Und das scheint ihr ja auch klar zu sein, dass er über kurz oder lang Präsident werden will. Und den Witz, den er da macht, dass er ja sogar eine Eule begnadigen kann. Damit meint er tatsächlich, also den Night Owl, weil der irgendwo im Gefängnis sitzt. Okay, das habe ich schon fast vermutet. Also wir erfahren ja hinterher von noch jemandem, der vielleicht fast oder in sowas wie einem Gefängnis sitzt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber vielleicht sitzen die alle auf dem Bild im Gefängnis, außer sie, weil sie ja alle to hell gegangen sind, oder? Äh, ja. Ja genau, also den, ja, den, den, ja, da kommen wir ja später noch. Ja, von einem erfahren wir es ja definitiv. Genau, und Doktor Manhattan ist ja auch die Frage, warum der auf dem Mars ist. Vielleicht ist das ja auch ein Gefängnis. Ich glaube kaum, dass den jemand da festhalten kann. Hm, das weiß ich nicht. Dazu kenne ich mich zu wenig mit der Lore aus. Aber ich habe gelesen, dass Silk Spectre die Tochter vom Comedian ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler war, dann schneide ich es raus, aber wahrscheinlich ist das egal. Nee, das war glaube ich, also ich meine mich aus dem Film da auch dran erinnern zu können, dass der Comedian, ach, ich weiß ja, ich glaube der Comedian hat irgendjemanden vergewaltigt oder so. Der Comedian war ein schlimmer Finger. Ach so. Ja, seine, seine Superheldin-Kollegin. Ja, aber das war auch, die hieß auch Silk Spectre, gell? Und dann ist sie nämlich jetzt... Ach so, ja, sie, also sie hier ist Silk Spectre 2. Genau. Ja, den Junior, aber die übernehmen ja quasi so die, das ist wie die, die Schauspieler, die Batman spielen. Nein, ganz viele verschiedene, außerhalb der Maske, aber alle Batman in der Maske. Hm. Und Jan, du hattest es eben schon gesagt, gespielt wird sie von Jane Smart, die man kennen kann. Nee, so heißt der Charakter. Nee. Nee. Der Charakter heißt Laurie Blake. Ja. Ah, ja, ja, ich habe es falschrum hier in der, äh, gelesen. Ich dachte Regina King, das wäre aber, nein, Angela heißt ja die, der Charakter. Ja, von der anderen. Genau, genau, nee, 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 ja. Also Agent Blake und die Schauspielerin heißt Jane Smart. Und die spielt zum Beispiel in, äh, Fargo Staffel 2 mit, wenn ich mich richtig erinnere. In 24 dieser Serie, die ich auch nie gesehen habe, aber da spielt sie auch mit. Gott, hat die mitgespielt? Okay. Anscheinend, ich habe es nie gesehen. Aber ich bin mir sicher Fargo Staffel 2. Sonst, wenn ich hier so durchscrolle, kommt mir wenig bekannt vor. Hat aber schon drei Emmys gewonnen. Und aber alles größtenteils Seriensachen, die ich hier sehe. Achso, ich dachte die Emmys. Aber es ist auch so ein Gesicht, was man kennt. Also ich kenne es. Ja, und sie, sie macht, äh, jetzt schon hier, wie du gerade schon meintest, Phil, schon deutlich, dass sie alles, dass sie nicht so richtig viel von diesem ganzen Kram hält. Insbesondere auch, ähm, von diesen Masken, die die da tragen. Und dann erklärt der, der Gouverneur, äh, der Senator nochmal, ja, aber das hätte die Kriminalität um 80 Prozent gesenkt oder so. Aber sie ist ja so ein Badass. Genau, also das war so sein, sein Baby, dieses, dieses, die, die Polizisten dürfen sich, dürfen sich maskieren. Genau. Und sie ist, gehört, ja, das haben wir jetzt schon gelernt, gehört zu dieser Abteilung für Anti-Vigilance. Anti-Superhelden. Anti-Superhelden, genau. Äh, ich hab, ich hab nachgeguckt, das heißt ja auch sowas wie Bürgerwehr oder sowas. Also selbstjustiert ist, glaube ich, eine gute Übersetzung. Mhm. Und, äh, dann hab ich nochmal überlegt, was für ein Quatsch das eigentlich ist mit diesen Masken. Zum einen, ähm, nachher kommt ja diese, ähm, wie heißt sie, Pirate? Ja, Pirate Jenny. Pirate Jenny. Ja, die Maske von der war wirklich nicht besorgt. Nein. Aber gut, das ist ihre, das ist ja ihre, ihre, ihre freie Entscheidung. Ja. Also, ihr Luckenglas nimmt das ja sehr ernst. Ja. Aber er bestellt dann Pizza zu Hause und holt sie an der Tür damit ab. Nimmt sie ja nur zum Essen ab. Ach so, du weißt. Also nicht mal ab, er schiebt sie nur hoch. Ja, aber das ist doch völlig egal, selbst wenn er sie nicht, das ist doch genau mein Punkt, wenn er zu Hause ist und er nimmt sie nicht ab, dann wissen die ja, wo er wohnt. Wissen die auch, wo er wohnt, ja, das ist korrekt. Und irgendwann müssen die Polizisten ja mal nach Hause fahren. Wo nehmen die denn dann die Maske ab? Entweder in der Polizei und kommen raus. Ja. Die fahren da durch die Tiefgarage raus. So wie Batman, durch irgendeine Höhle. Das ist halt allgemein. So schwarzen Autos, genau. So, die sind nicht mit Namen und es ist auf jeden Fall schwierig. Und dann fährt den jemand hinterher. Ja, aber das musst du ja dann schon, da musst du ja schon richtig Aufwand betreiben. Ja, aber das macht doch die Kavallerie richtig auf. Oder ihr habt so ein Untergrundtunnelsystem. Ja, wie bei Batman sagt er. Das geht in den Keller von ganz vielen unterschiedlichen Häusern und dann kommen die halt immer wieder an anderen Häusern raus. Vielleicht wohnen die auch ein paar Polizeipräsidien. Ja. Das ist eine Superheldenserie. Es funktioniert. Okay. Ich wollte nur sagen, man darf nicht dreimal drüber nachdenken, dass das funktioniert. Und man erkennt die Polizisten auch, also die normalen Streifenpolizisten, die sind ja dadurch nicht so getarnt. Das ist aber das typische Superheldenproblem, dass man ja auch Superman erkennt, wenn er sagt. Wenn man sich einen schwarzen Streifen über die Augen legt, dann kann man niemanden. Naja, ich muss schon sagen, jetzt also zum Beispiel, ich habe jetzt einen neuen Zahnarzt, den kenne ich erst seitdem halt Maskenpflicht. Und dann wollte ich dann nochmal anrufen und gucke halt auf der Homepage, wie der heißt. Weil es ist so eine Praxis mit mehreren Ärzten. Und gucke mir halt die Fotos da an und ich hatte Probleme. Aber so haben Ärzte sich oft ähnlich sehen und ich den Mann halt ohne Maske nie gesehen habe. Ja. So, nur die Augenpartie kenne. Und das ist schon verdammt schwierig, wenn man nur den Teil des Gesichtes sieht. Ja, ja. Aber das zuzuordnen. Die Polizisten kennen die ja, also die lernen die ja kennen im Laufe der Zeit. Also klar, wenn man den das erste Mal sieht, kann man den vielleicht nicht erkennen. Aber das ist ja irgendwie ein kleines Nest oder eine Kleinstadt. Was auch immer das heißt in den USA. Wahrscheinlich 500.000 Einwohner. Das heißt, die begegnen sich ja immer wieder. Und selbst wenn die die Stimme hören oder so, werden die die sich schon gegenseitig erkennen. Es funktioniert. Ja, ja, ja. Frag mal, frag mal Agent. Ja, schon. Also allein schon Red Scare, den erkennst du ja, wenn er den Mund aufmacht. Ja, genau. Mit oder ohne Maske. Und den Silbernen ja auch mit seinem. Give me a blini. Are you red scared? No, no, I'm not red scared. Give me a blini, please. Okay, gut. Auf jeden Fall hier unsere Agentin vom FBI hält da grundsätzlich gar nichts von, weil sie ja auch, ist ja auch ihr Beruf, da nichts von zu halten. Das finde ich auch so witzig, wie sie später irgendwann hier Night Sister doch fragt, woran erkennt man eigentlich den Unterschied zwischen so einem Vigilante und den Polizisten in der Maske? Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Wo auf der anderen Seite, wenn die ja so einen siebten Kavallerie-Verdächtigen da aus den Wagen zerren später und sie sagt, Sir, verletzen Sie Ihre Bürgerrechte? Ja, ich will. Ah, just kidding, I don't care. Genau. Also ich hüpfe ja schon wieder so über die Folge, vielleicht sollten wir wieder zurück. Achso, ja, das wollte ich gerade machen. Jetzt kommen sie nämlich ins Briefing. Und das ist so ein typisches, mit einem Dia-Projektor, ein typisches FBI-Briefing 2019, wie es auch in Deutschland in jeder Amtsstube sein könnte. Es wird mit einem Dia-Projektor etwas an die Wand geworfen. Und der Polizeichef, FBI-Chef erklärt da nämlich den Zusammenhang des Falls, also das, was wir schon kennen. Die Situation in Tulsa und den Tod des Chiefs, was jetzt untersucht werden soll. Und das war so ein bisschen auch Rückblick, weil er dann ja nochmal auch auf eben den Ursprung zurückkommt. Und eben wie die siebte Kavallerie alle Polizisten simultan erschossen hat zu Hause und er hat überlebt und dann hat sie überlebt. Da werden ja die Akten angezeigt, sodass eben auch die Agentin nachher im Feld genügend Informationen hat, weil die hat dann ja diesen Namenswissen-Vorteil. Und dann ist ja dieser, der die Akten da reinschiebt, der hat ja irgendwie Geschichte studiert, wie später rauskommt und der schiebt ihm dann noch so was mit Rohrschacht drunter. Ist aber genau an den Falschen geraten, der Geschichts-Nerd, weil der Typ, der vorher schon gesagt hat, das ist der siebte Kavallerie, das hat irgend so was mit General Custer, irgend so ein Bullshit. Dann schiebt er dem noch dieses Rohrschacht-Ding da drunter und dann meint der Chef nur, wo sind wir hier, 1987 oder was? Wer interessiert sich denn noch für Rohrschacht? Genau. Der ist aber eh ganz drollig, weil er doch auch, als sie dann im Flugzeug unterwegs sind, packt er doch auch so seine Maske aus. Und das ist halt wirklich so eine Maske, die völlig für den Arsch ist, weil das ja wirklich nur so ein kleines Ding um die Augen rum ist. Ja, und sie? Und schon kann man nicht mehr kennen. Die hat ja eine Schlafmaske auf im Flugzeug und der sagt, oh, ich habe auch so eine. Und die so, warum sind da Löcher drin? Das hilft doch überhaupt nicht. Ja, ich finde ihn auch sehr lustig, weil er outet sich dann ja auch so ein bisschen als Fan oder so. Und dann sagt sie, ja, was ist jetzt ein Autogramm oder so? Und dann nachher, nachher kommt er ja nochmal darauf zu sprechen. Dann sagt sie, kriege ich jetzt das Autogramm? Autogramm, so verwegen, aber als Witz halt. Und sie nimmt ihn ja, ich weiß gar nicht, warum sie ihn mitnimmt. Ja, weil sie niemanden mitnehmen will, der sie stören kann. Ja, ist am ungefährlichsten quasi. Ja, eben, weil er so der Historien-Typ ist, der die Tagebuchseite vom Rohrschach reinpfeift. Ja, und halt der, dessen Job es ist, den Diaprojektor zu befüllen. Also vor dem muss sie einfach am wenigsten zu befüllen. Sie kann nicht alleine fahren. Und dann sagt sie halt, er kommt mit. Weil ich hatte den Eindruck, als er eben den Tagebucheintrag da anpfeffert, an die Wand schmeißt, dass sie ihm so einen Blick zuwirft. Ja, das hat sie auch. Habe ich mich da auch getäuscht. Nee, das hat sie, glaube ich, auch. Habe ich auch gedacht. Und da hatte sie ihn schon so ein bisschen in den Blick genommen. Genau, genau. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie dann letztendlich ihn genommen hat, weil er ihr am wenigsten Ärger macht bei ihren Methoden. Hat sich ja auch später mal rausgestellt, dass er ganz nützlich sein kann. Genau, weil er ja Kaffee hält. Ja, das und noch was anderes hält. Okay. Dann hält er auch die andere Wange hin. Dann sind sie im Flughafen, äh, im Flugzeug. Du hast ja schon gesagt, Schlafbrille. Und dann kommt so eine Durchsage, dass man jetzt, wenn man rechts schaut, links nicht sieht, aber rechts die Millennium Clock. Und ich habe vergessen zu recherchieren, was das ist. Ja, das weiß man auch nicht. Ich dachte, weil es gibt doch bei Watchmen diese Uhr, die immer auf 5.12 Uhr steht oder sowas. Ich dachte, das wäre das vielleicht. Oder hat das damit nichts zu tun? Man weiß halt jetzt noch nicht, was es damit auf sich hat. Okay. Unser Logo beim Podcast hat diese Uhr, die immer auf 5.12 Uhr zeigt. Okay. Das heißt, die kommt irgendwann noch vor, wenn Phil das so sagt. Dann mache ich das Wiki wieder zu. Spoilers! Wir gehen weiter. Sollten wir vielleicht nochmal hier sagen, dass viele von uns die Serie simultan zum Podcast gucken. Das heißt, wir können nicht einfach viel Hintergrundmaterialien recherchieren, ohne uns selber zu spoilern. Richtig. Anders als bei Battista Galactica, wo wir es natürlich immer gemacht haben. Nein. Ja, du weißt ja eh alles. Du hast ja, glaube ich, die halbe BSG-Wiki geschrieben. Aber hiervon weiß ich jetzt tatsächlich nichts. Das finde ich sehr angenehm. Ja. Aber nur nochmal als Disclaimer, falls halt HörerInnen denken, die wissen nicht, was die Millennium Uhr ist. Ich habe null Ahnung, was das ist. Was die Millennium Uhr ist, das weiß man ja auch am Ende der Folge noch nicht. Aber je nachdem, wie gut man aufgepasst hat, gibt es hier ja auch noch den, also hier der Geschichtsnerd, ich habe seinen Namen vergessen. Der zitiert ja hier kurz dieses berühmte Ozymandias-Gedicht und spricht ja auch an, dass diese Uhr zusammenhängt mit Adrian Fade. Der hat die gebaut, oder? Nee. Nee. Diese Lady, irgendwas hat sie gebaut. Nachdem sie sein Unternehmen aufgekauft hat. Und der wurde jetzt gerade für tot erklärt. Mhm. Und dann sagt aber doch der Typ, dass er irgendeinen Kontakt hat, der behauptet, dass er in Argentinien lebt. Ja. In Gefangenschaft oder so, oder? Genau. Er hat sich selbst in Gefangenschaft begeben und lebt in Argentinien. Und dann sagt sie nämlich noch, sie ist auch kein großer Fan von ihm oder sowas. Ja. Und Ozymandias war das auch einer auf dem Bild? War das eine von den dreien? Ja. Ja, okay. Und das andere war Night Owl und? Dr. Manhattan. Dr. Manhattan und Silk. Aber die sah man dann ja nicht auf dem Bild. Ja, als sie aufgestanden ist, hat man sie gesehen. Ja. Oder sich weggedreht hatte ich weiß. Und erst saß sie ja genauso davor. Aber da dachte ich schon, aha, das ist jetzt wahrscheinlich sie, soll das jetzt. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man auch noch das Hintergrund sieht, sondern dass man dadurch schon sehen soll, dass sie sozusagen die vierte ist, dass sie so davor saß. Aber dann ist sie ja sogar noch weggegangen. Ja, und Ozymandias war eben der super schlaue Skrupellose von den Minutemen. Genau. Also, weil das kommt ja auch in diesen Witz vor, dass Ozymandias erzählt ja da, als er vor Gott steht, dass er die Menschheit gerettet hat, indem er so den Giant Squid auf New York geworfen hat und irgendwie ein paar Millionen Menschen umgebracht hat. Und das kam ja auch schon vor in der Serie. Also nicht ein großer, sondern ein bisschen kleiner. Man erfährt einiges vom Hintergrund. Und was eigentlich noch so schön gemacht ist, weil das einfach dadurch wenig stört, ist, dass sie diesen Witz ja immer weitererzählt, indem sie, immer während sie eigentlich so von Ort zu Ort reist, dann später. Man sieht sie immer wieder in diesen Telefonzellen, weil man sieht ja auch, auch in Tulsa ist so eine blaue Telefonzelle. Aber man sieht dann einfach auch immer, während sie im Auto sitzt oder so von A nach B reist, dann wird dieser Witz weitererzählt. Das finde ich eigentlich ziemlich gut inszeniert. Und das stört einfach dadurch nicht so. Und man hat immer noch so ein bisschen Ortsgefühl, wo man jetzt gerade sich hinbegibt. Und das tut sie nämlich jetzt auch, weil sie sind in Tulsa angekommen und gehen erst mal zu Zum Tartort. Zum Tartort. Ach ja, stimmt. Die gehen zum Tartort. Und da reden sie gar nicht mit jemandem, oder? Nö, sie schauen sich den Baum an und ihr Lakai macht Fotos von hier den Reifenspuren des Rollstuhls. Und sie schaut sich hier ein bisschen um. Und ich glaube, dann fahren sie aber auch zum Haus vom Käpt'n. Stimmt, da sieht man auch nicht wirklich, was sie machen. Das sind nämlich immer so Szenen, wobei erzählt wird. Ja, das hat die Standard-Polizeiarbeit, glaube ich, soll damit gezeigt werden. Dass sie weiß, was sie tut. Routine-Arbeit. Und dann geht es von da ja erst zur Beerdigung. Nee, da geht es dann erst zu Looking Glass. Zu diesem Ort, wo sie diesen Verhörraum haben. Ah, okay. Und das ist... Ich dachte, das wäre ja nachgekommen. Da, wo sie diese ganzen Seventh-Cavary-Leute... Ah ja, das muss ja davor gewesen sein, denn da passiert auf der Beerdigung ja noch etwas. Ja, genau. Genau. Und da kommt ja jetzt das, was du eben gemeint hattest mit diesem Witz am Anfang. I don't care. Und wie heißt die Pirate Jenny? Ja, genau. Die ist nämlich da und Red Scare. Und die packen da gerade wieder so einen ein fürs Verhör. Schmeißt sie das mit dem Gesicht auf den Boden. Und dann drängelt sie sich vor. Sie meint dann noch so, Entschuldigung, da ist zwar eine Schlange, aber können wir vielleicht kurz reden. Und sie macht ziemlich viel Eindruck auf Looking Glass. Ja, dafür, dass er sonst immer so in Kontrolle ist. Gerade in diesem Verhörding sie war. Ist ja normalerweise eher immer der Chef. Und sie puttert ihn da aber ganz schön unter. Er sagt ja auch wörtlich, Can you give me back the control? Please. Ja, genau. Sprichwörtlich, ja. Ja, und sie macht es ja von Anfang an so klar, indem sie sich irgendwie so Zeug aus den Zähnen rauspult, weil es ja praktisch, wenn man da so einen Spiegel vor sich hat. Ich glaube, sie weiß sehr gut, wie sie mit den selbsternannten Superhelden umgehen muss. Ja, einfach schon dadurch, dass sie alle kennt. Ja, das ist ja ein totaler Vorteil, den man an dieser Aktenlage oder von den Akten her hat. Du kennst jeden mit Namen und sprichst sie einfach mit Namen an. So, hallo, ihr Reiseplan. Fildern so, woher weißt du meinen Namen? Ja, und sie ist ja auch so. Weil er auf der Homepage verlinkt ist. Sie ist ja auch wirklich gut in ihrem Job. Sie spricht ja auch zum Beispiel da an, warum denn kein Talkscreening gemacht wurde bei dem Chief. Also sie macht ja ganz schnell klar, du brauchst gar nicht zu versuchen, mich hier irgendwie zu verarschen. dann entweder gibst du mir, was ich will oder ich hole es mir halt so. Aber ich bin besser als ihr. Die normale FBI-Masche. Wir übernehmen jetzt. Ja, und sie hat ja trotzdem Wert drauf gelegt, da jetzt nicht mit 20 FBI-Leuten einzureiten, sondern macht es so, weil es ja so schon besser funktioniert. Ja, klar. Weil sie so wenigstens ein Gespräch führen kann und sie erst mal unterschätzt wird. Mhm. Ja. Genau. Und dann erfährt sie nämlich von der Beerdigung, dass die heute ist. Und ist erst mal verwundert, warum man den Mann jetzt schon noch die Erde bringen will, bevor man überhaupt den Körper untersucht hat. Genau. Aber es ist ja klar, was die Todesursache ist. Genau, also muss man das ja nicht machen. Klar, also sie merkt schon, dass irgendwas verdeckt werden soll, dass sie irgendwas, weiß ich nicht, zurückhalten wollen, irgendeine Information, die vielleicht nicht besser an die Öffentlichkeit kommen sollte. Dass er sich zugekokst hat oder sowas. Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob sie einfach nur das Ja, man weiß es nicht. Verschleiern wollen. Ja, glaube ich schon, dass sie das einfach so als Loyalität, dass da nicht noch hinten raus irgendwelche bösen Geschichten rauskommen. Ja. Weil die mochten den ja alle. Ja. Es geht ja auch noch darum, irgendwie, dass sie das Looking Glass irgendwie diesen Typen verhört hat, durch den sie dann auf diese Farm gestoßen sind, im ersten Teil. Mit dem Racist Detector. Genau. Mit dem Racist Detector. Mit dem Racist Detector. eine Befragung wurde von Sister Knight oder so dann zutage gebracht, wo diese Farm ist oder so. Eine zweite Befragung. Ja. Das sagt sie dann auch gleich irgendwie, dass diese zweite Befragung eher eine Folter war oder keine Ahnung so was sagte. Und deswegen will... Ja, das war ja auch in dem... Also, ich meine, die ist ja in diesem Warehouse auch dran vorbeigelaufen, wie die mit der Leute. Ja, ja. Aber... Ja, das ist richtig. Aber irgendwie ist es ja alles aktenkundig offensichtlich, sonst würde sie es ja nicht wissen. Und deswegen will sie jetzt mit Sister Knight reden. Und dann geht es zur Beerdigung. Genau, weil das hier jetzt direkt ansteht. Quasi, er sagt ja in wenigen Stunden und dann geht sie nur schnell zurück, um sich umzuziehen. Etwas Dunkleres anzuziehen. Ja. Und da ist dann auch wieder der Senator mit dabei auf der Beerdigung. Ja. Ja, alle so, ne? Witwe, sie und ihr Mann, wo sie ja die FBI-Agentin auch direkt auf sie zugeht, sie mit Vornamen anspricht. Witwe, sie und ihr Mann. Ja, Witwe, Angela und ihr Mann. Adrian. Wo sie halt Angela anspricht und auch den Mann mit Namen. und der so, äh, pardon, do I know you? Nein, nein. Das meine ich ja mit diesem, das ist gleich so ein, so ein, äh, ja, ein Machtmove einfach, ne? Du selbst bringst die anderen damit schon ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Gute Verhörmethode. Und dann gibt's die Zeremonie mit, äh, eben Polizeisalut und die Frau sagt ein paar Worte und dann sagt Angela ein paar Worte und dann beginnt sie zu singen und die anderen beginnen zu klatschen und währenddessen steigt dann so eine Krypta, nennt man das so? Keine Ahnung. Ja. Diese Häuser, wo, wo auch Tote drin liegen auf dem Friedhof. Steigt da aus dem Loch im Boden ein Rohrschacht-Typ und der sich ein bisschen Sprengstoff umgebunden hat. Ob der wohl durch einen Rohrschacht geklettert ist? Ha! Als hätte ich draufgebracht. Jetzt seid ihr sprachlos. Ja. Und dann geht dieser verkabelte Mann, der sich ja anscheinend irgendeinen Sender oder einen Sensor an den Körper geklebt hat, auf diese Trauergesellschaft zu. Und will den Senator haben. Sonst bläst er sich und alle anderen in die Luft. Und ja, soll niemand auf die dumme Idee kommen, ihn einfach zu erschießen. Denn der Auslöser ist an seinen Herzschlag gekoppelt. Peng. Und wenn der auslässt, dann. Peng. Genau. Dann Peng und dann Peng. Peng? Weil dann erschießt sie ihn. Dann Peng und dann Boom. Die FBI-Agentin. Ach so. Aber dann gucken sie ja alle erst mal. Also sie erschießt ihn dann und wie du gesagt hast. Und dann gucken ja erst mal alle und Angela läuft da hin und dann fängt erst an, das Ding zu piepen und alle, ach ja, da war ja was. rennt. Und dann rennen sie alle um ihr Leben und geistesgegenwärtig schmeißt sie den Rohrschachttypen in das Grab und schmeißt dann den Sarg samt Polizeichief Leiche da drin auf den Rohrschachttypen drauf und dann explodiert dessen Weste. Das fand ich sehr lustig. Ja. Womit man halt eine mögliche Obduktion ja verhindert hat. Ja, klug, das war jetzt glaube ich nicht der Plan. Das war nicht Plan, glaube ich, ja. Aber es wurde dankend angenommen. She saw her opportunity and took it. Da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht ein bisschen doof ist, das an seinen Herzschlag zu koppeln, weil der hat ja sogar so einen Totmannschalter in der Hand. Wäre es nicht besser, dass das Ding explodiert wird, wenn sein Daumen davon losgeht? Naja, kommt halt auf die konkrete Situation an. Den Schalter kann halt auch jemand anderes drücken. Ja, gut. Ja, gut. Na gut. Aber sowas ist doch auch scheiße, oder? Ja, hat nicht funktioniert auf jeden Fall, ja. Der Feind drückt keine Knöpfe mit dieser Hand. Und dann kommt mal wieder der feine Herr Lord. Oder? Das kommt auch dann, wenn Angela guckt nach der Explosion noch so und dann kommt diesmal eine 70er-Jahre-Musik und keine klassische Musik. Und wie haben wir den denn immer genannt, den Menschen? Der Lord. Jeremy Irons. Jeremy Irons, genau. Jetzt können wir ihm ja einen Namen geben. Genau. Jetzt können wir ihn quasi Adrian White alias Ossimantias nennen. Genau. Oder Master. Ein Master. Master, stimmt. Also Jeremy Irons ist wieder da und bastelt zu dieser Musik und konstruiert irgendwelche Dinge aus nicht sehr technologisch fortgeschrittenen Materialien, sage ich mal so. Ja, alles, was er halt in der Umgebung findet. Ja. Wie zum Beispiel Lederhaut, eine Ritterrüstung und ein Goldfischglas oder so irgendwas. Und baut da draußen so eine Art Taucheranzug. Genau. Habe ich auch erst gedacht, dass er einen Taucheranzug baut. Aber es ist ein Fluganzug. Echt? Ich hatte es so verstanden, als wäre es ein Astronautenanzug. Ja, habe ich auch gedacht. Also zumindest, als man das Ergebnis hinterher sieht, habe ich mir gedacht, dass es eher ein Astronautenanzug war. Das Ergebnis, was den Butler betrifft. Ja, er fragt ja, ob er bereit ist zur, ich weiß nicht mehr, wie er das nannte. Also Schmelle quasi zu treten. Und dann gibt es einen Schnitt und der Typ ist tiefgefroren. Und ich dachte halt, okay, der wird halt mit dem Ballon höher und höher und höher und höher geschickt, bis er dann tiefgefroren und tot ist. Man sieht es aber nicht. Das sieht man nicht. Nachdem er den Helm aufgesetzt bekommen hat und die Sauerstoffzufuhr läuft, dann gibt es einen Schnitt und dann liegt er eben tiefgefroren auf dem Boden. Und dann ist er so wütend, dass es nicht geklappt hat, dass er ihm die Gliedmaßen abtritt. Also Ozymandias tritt seinem tiefgefrorenen Butler die Gliedmaßen ab. Und dann kommt der andere Butler mit den Händen in der Tasche und guckt nach unten so, alles okay? Woran hat es gelegen? Wir brauchen eine dickere Haut und das ist ja auch schon wieder so eine Zweideutigkeit, weil er ja dadurch so dünnhäutig wirkt, dass er sich da verleiten lässt, seine Wut auszulassen. Aber er meint ja eigentlich, die Kälte hat ihn, keine Ahnung, was auch immer. Er muss besser isoliert werden eigentlich. Genau. Ja, ich denke, er meint tatsächlich eine dickere Haut, also im Sinne von besseres Leder oder besser isoliert. Aber die Doppeldeutigkeit sehe ich jetzt auch, wo Tim es gesagt hat. Das ist, glaube ich, ein Gag einfach. Und ich habe ihn immer für ein sehr exzentrisch, also immer zwei Folgen jetzt, für einen sehr exzentrischen Typ auf seinem Gestüt gehalten, der halt ein bisschen Gentechnik nebenher betreibt. Aber jetzt reitet er ja rum und da ist diese Bisonherde und mit einem Pfeil ins Auge erschießt er ja einen Bison. Und da war klar, das ist nicht England. Ja, das war klar. Und er ist ein guter Schütze. Also nicht ganz so einfach nur nur der geborene Adel. Stimmt. Naja, das weiß ich deswegen, weil ja der geschichtsträchtige FBI-Agent vorher gesagt hat, er hat da einen Kontakt und er glaubt, dass er in Argentinien lebt. Da habe ich mir gedacht. Dann ist das bestimmt. Argentinien ist nicht England. Argentinien ist nicht England. Und in Argentinien gibt es vielleicht eher so Bisons auch. Nee, auch nicht. Na gut. Aber ich meine, ich glaube, wenn man so ein Geld hat, so ein Schloss zu haben und Klone, dann kann man sich auch Bisons klonen, egal wo du lebst. Ja, aber dann kommt ja was ganz komisches, weil dann kommt der sogenannte Game Warden. Oder? Heißt der Game Warden? Ja. Was ist denn ein Game Warden? Genau, und gibt einen Warnschuss ab. Der hat auch so eine Zoffe Maske auf. Der achtet drauf, dass die Regeln des Spiels eingehalten werden. Genau, dass die Spielregeln eingehalten werden. Das heißt, der ist da ja dann offensichtlich doch nicht so richtig frei oder er ist irgendwie eingeschränkt. Und das passt ja dann auch wieder zu dem, was vorher der andere Typ gesagt hat, dass er sich irgendwie selbst in Gefangenschaft begeben hat oder so. Ja, und versprochen hat, da nicht, keine Dinge zu machen. Genau. Und dann ist er noch wütender und reitet auf seinem Pferd zurück und setzt sich in eine Meditationspose, aber mit Hose. Auf seinen Schreibtisch. Auf seinen Schreibtisch. Ich dachte erst, er schwebt. Ja, hab ich auch kurz gedacht, ja. Und wirft die Torte noch runter, die offensichtlich immer gebacken wird, wenn er nach Hause kommt. Und dann hat ihm der Game Warden schon einen bösen Brief geschrieben. Er schickt einen noch böseren Brief zurück, aber der ganz nett endet dann. Genau. Mit den Tomaten. Er war ja auch am Anfang Dear Mr. Ah, cut the crap. Als sie ihr vorliest. Cut the niceties, oder niceties, wie man es auch im Englischen nennt. Und kommt direkt zum Fleisch des Briefes. Genau. Und wie es hier auch so, ja, bla, 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 wenn dieses Verhalten so weitergeht, dann werden sie ernste Konsequenzen befürchten müssen. Er hat Konsequenzen unterstrichen. Genau. Genau, und der Game Warden hat sich ja auch für die Tomaten bedankt noch. Ja, ja. Wenn man das mit den Konsequenzen gesagt hat, genau. Er geht dann auch noch mal auf die Tomaten ein und dann unterschreibt er nämlich mit Sincerely oder so Adrian White. Und dann kommt auch hier die Und dann zieht er sich und zieht er sein altes Kostüm wieder an. Genau. Weil er sagt, er geht noch mal auf die Jagd. Heute Nacht. Was hat er gesagt? Um Mitternacht gehen wir noch mal auf die Jagd oder sowas. Genau. Ja. Dann hat er sein Robin-Kostüm an. Sein Adrian-Kostüm. Und wie, ich habe mich gefragt, wie ist die Maske fest? An den Augenbrauen getackert? Sekundenkleber. Ja. Vakuum. So wie bei Unterdruck. Da sind so Saugnäpfe dran. Genau. Wie bei Taucherbrillen dann nachher. Ah. Musst du da auch noch reinspucken vorher. Oder Sekundenkleber wie bei Police Academy. Ich hatte doch mal Augenbrauen. Und dann endet diese Episode schon. Aber trotzdem war es irgendwie die aufschlussreichste bis jetzt. Nee, es gibt doch noch mal die Szene in dem Mausoleum oder in der Krypta, wo Nee, ich meinte die Episode mit Ach so, die Episode mit Irem. Ja, ja, okay. Ja, ja. Wir erfahren ja auch noch, was im Koffer ist und so weiter und so fort. Ja. Wir wissen jetzt, dass es Adrian White ist. Und ich hatte ja schon irgendwo gelesen, dass er The Blond Man auch genannt wird und das kommt daher, weil der Typ aus Simantias auch so genannt wurde. Also hatte ich mich eigentlich schon gespoilert, aber ich wusste nicht, dass es ein Spoiler war. Schrödinger Spoiler. Ja, jetzt Crypto Talk. Genau, sie geht hier in die Krypta und guckt sich da quasi um. Also nachts geht sie noch mal zurück auf den Friedhof und guckt sich da dann quasi um. Bekommt zwei Kaffee. Genau, mit zwei Kaffee. Sie klaut ihrem Partner den Kaffee und geht da rein, weil sie anscheinend weiß, dass Angela da auch ist und Angela kommt da mit ihrer Nacht sich Brille aus dem Loch gekrabbelt. Wie eine Nachtäule. Ja. Und dann reden sie. So coolen Nachtsichtgläsern. Die hatte sie ja auch schon auf, als sie im Schlafzimmer den Schrank gesucht hat. Ja, die Röntgendinger waren das. Nicht Nachtsicht, ja, ja. Ja, vielleicht auch Nachtsicht. Vielleicht sind die universell einsetzbar. Wenn du nur Schränke gucken kannst, kannst du auch auf die Nacht schauen. Richtig. Eigentlich hätte sie gar nicht runterklettern müssen. Sie hätte einfach nur oben dem Schacht entlang gehen können. Damit hat sie ja eigentlich ihre Tarnung schon aufgegeben. Dadurch, dass sie da jetzt recherchiert. Ja. Ja, aber ich glaube, das war ja vorher schon klar, dass sie vor der kein Dierlander spielen muss. Ja, ja. Stimmt. Ja, wer weiß, vielleicht hat Lucky Glass ja auch Bescheid gesagt, dass er sie quasi verraten hat. Also in Anführungsstrichen. Das kann sein. Aber auch so wie das Gespräch, das kurze schon war, glaube ich auch, dass sie schon im Klaren war, ja, dass sie da nicht Spielchen spielen muss. Also die reden ja sehr, sehr auch direkt heraus und hatten wir auch schon drüber geredet, wenn dann eben kommt, was ein Polizisten in Maske von so einem Selbstjustiz unterscheidet und war so nichts, nichts. Ja, sie konfrontiert sie ja dann auch, dass sie hier das geheime, geheime Compartment da gefunden hat. Und warum sie denn den so schützen will, ob sie Angst hat, dass was herauskommt, dass sie vielleicht Verhältnis mit dem Käpt'n gehabt hätte, aber da wissen sie ja, dass es beide Schwachsinn, denn sie hat ja so einen leckeren Keks als Ehemann, die Warrior Nun. Und ja, dann eben auch, was gefunden wurde, dass eben dieses Compartment gefunden wurde, aber da nur eine nackte, ein nacktes Mannequin drin war in dem Geheimfach im Schrank des Käpt'ns. Ich fand die Begründung so ein bisschen seltsam, warum sie das, warum sie da überhaupt gesucht hat, weil als ihr Vater gestorben wäre, hätte man auch in seinem Schlafzimmer ein Compartment gefunden, deswegen guckt sie jetzt immer, wenn jemand stirbt, ob jemand ein Compartment im Schlafzimmer hat. Da frage ich mich, ob das die Wahrheit war? Ja. Ich war schon einen Schritt weiter und frage mich, ob vielleicht der alte Mann mit ihr irgendwie Kontakt hat, weil sonst gibt es ja keine, es sei denn, sie weiß es noch von ganz woanders, aber eigentlich hat ja Sister Nan mit ihrem Großvater gesprochen darüber, nur. Ja, aber hat sie, wir wissen ja auch nicht, ob sie das wieder zugemacht hat, nachdem sie die Kutte da rausgenommen hat. Vielleicht hat die Witwe des Käpt'ns nachher im Schlafzimmer gefunden, huch, wo kommt denn auf einmal diese Tür hinter im Kleiderschrank? So wurde das aber ja nicht dargestellt. Dann hätte sie ja nicht gesagt, ich suche immer danach, weil ich ja auch damals irgendwo eine gefunden habe. Ja, dass sie gelogen hat, ist glaube ich da schon klar, aber wie sie daran kam, meine ich. Naja, ich meine halt, ja, ich dachte halt, vielleicht hat sie irgendwie Kontakt zu dem. Ja, kann ja sein, also weil die Spuren hat sie ja auf jeden Fall schon gefunden. Ja, und sie hat ja auch dann, ja, sie hat ja später dann vielleicht auch noch Kontakt mit seinem Auto. Naja, da kommen wir dann auch hin. Darauf spricht sie sie ja auch an, dass sie ja Reifenspuren gefunden hatten und richtig. Ob das denn übersehen wurde, denn das ist ja anscheinend da nicht aufgestellt worden. Sie sind ja schon alle persönlich sehr nah dran und da kann ja ein Fehler passieren. Genau, also sie, ja gut, da hat Tim dann vielleicht ist was auf der Spur, denn wenn sie schon so auf die Rollstuhlspuren zu, also explizit sagt, das war vom Rollstuhl, Rollstuhl und das kann ja mal passieren, vielleicht kennt sie wirklich den Großvater und war wirklich mit ihm in Kontakt, wer weiß. Dann würde ich mich nur tatsächlich wundern, warum sie dann explizit so auf die Rollstuhlspur eingegangen ist, wenn sie es eh schon hat. Ja, aber das, das Erkennungsmachwahl ist. Ja, aber das macht sie ja die ganze Zeit auch schon, dass sie immer, dass sie den anderen immer vermittelt, ich bin, ich bin schon einen Schritt weiter als sie denkt. Ja, ihr braucht gar nichts von mir verheimlichen, weil im Zweifelsfall weiß ich es eh schon. Ja. Und treibt es dann eigentlich so weit, dass Angela dann den Kaffee in das Loch kippt und das Maucholeo verlässt. nachdem sie so tut. Oh Gott, jetzt hast du mich aber verunsichert. Ja. Weil sie sagt, ich fresse euch zu so welche wie euch zu Frühstück oder sowas. Ja. Tough Talk. Ja. Und dann geht Angela einfach. Dann erfahren wir endlich, was in dem Koffer ist. Genau, dann gehen ja alle, alle gehen erst mal schlafen. Und genau, nachdem der Teil von dem Witz kommt, mit der, wie diese Frau eben Gott umbringt. Mit dem Ziegelstein. Genau. Also, dass sie das Gehirn aus der Nase drückt. So schlau, dass sie Gott getötet und zur Hölle geschickt hat. Das erzählt sie wieder in so einem Cut raus in der Zelle, ne? Zu, in der Sprachnachricht für Dr. Manhattan. Ja. Nur bei dem, sie kommen ja, also sie und ihr Lakai an dem Motel an. Wobei das Ende von dem Witz, das müsste sie doch ganz zum Schluss erzählen, oder? Ja, das kommt erst noch am... Wahrscheinlich kommt hier jetzt erst noch irgendeine Zwischenepisode. Egal. Ich, auf jeden Fall redet sie noch mal. die ganzen Witze eh nicht im Kopf. Nee, es kommt ja nach dem Ende des Witzes redet sie ja noch weiter. Ach so, stimmt. Das kommt dann später. Ja. Ja, sie sagt ihm gar nicht Gute Nacht, also ihrem Lakai-Song geht einfach in ihr Zimmer weiter und öffnet dann den Koffer und da drin sind, ist ein Baukasten für einen blauen Dildo. Ach so, ich dachte, das ist eine Thermoskanne. Und auch noch so ein Bild eben, ein Bild von ihr mit Dr. Manhattan. Ja. Die Thermoskanne. Du bist süß. Das hatte die größere in der Thermoskanne. Ja, und die beiden Eier und so eine Sandwichdose, ne? Und Magnete. Ey, da ist Zucker drin. Da ist ein Apfel drin und Brötchen. Ein Glas Wein. Ah, wie schön. Wäre schön, wenn du so das früher deine Thermoskanne in der Schule gewesen wär. Also komm, das hatte ja wohl die Größe einer Thermoskanne. Ja, Tim, tu das sofort wieder. Ja, das ist ja noch erschreckender, dass das die Größe einer Thermoskanne hatte. Aber Dr. Manhattan war ja auch ein bisschen verstrahlt, ne? Ja. Konnte ja alles an sich größer und kleiner machen. Wobei das nicht so ganz akkurat war an dem Dr. Manhattan-Double, was wir nackt an der letzten Episode gesehen haben. Ja, wahrscheinlich hat er das für die Kamera schrumpfen lassen. Wahrscheinlich. Er ist ja auch kalt im Weltraum. Eben. Ja, gut, aber der ist ja verbrannt. Na gut. Ja, und dann entscheidet sich sie aber doch für ihren Kollegen. Genau. Er ist ja doch noch für was gut. Und im Sex muss er seine Maske tragen. Wollte ich gerade sagen, da sieht man nicht, wie er seine Maske an hat. Und sie hat ihm bestimmt gesagt, er soll das machen. Mhm. Der Lone Ranger, so hat sie ja ihn genannt. You are not the Lone Ranger. Ja, und dann kommt eben der Schluss von diesem Anruf an Dr. Manhattan, wo sie ja so ein bisschen vor sich hin jammert, dass sie gar nicht weiß, dass sie eigentlich gar nicht weiß, warum sie da immer wieder anruft, aber irgendwie irgendwie tut es ihr gut, sich vorzumachen, dass er ihr noch zuhört und dass er sich noch irgendwie ein bisschen für die Menschheit und vielleicht auch für sie interessiert und sich nicht einfach nur auf den Maske zurückgezogen hat und ihm alles egal ist. Mhm. Und dann verlässt sie die Zelle, die Telefonzelle und bam, schlägt vor ihr ein Auto auf. Das von Sister Night. Das ist doch das von Sister Night oder mit deren beim letzten Mal der Typ abgehauen ist. Ja, das würde schon Sinn machen. Auto geht hoch, kommt irgendwann wieder runter. Das funktioniert so mit Stein und mit Auto. Genau. Wenn man sie hochwerft. Es kann natürlich auch ein anderes Auto sein, das vom Mars kommt, aber warum sollte es auf dem Mars solche Autos geben? Ja, aber der Mars ist ja auf jeden Fall genau da. Ja, das sieht man dann. Sie sieht in Danja und lacht sogar, nachdem sie den ersten Schock überwunden hat. Haben sie sich gegenseitig jeweils einen Witz erzählt. Haben sie sich getrollt. Ja, und da frage ich mich jetzt halt wieder, die spielen jetzt schon so ein bisschen damit, was man jetzt glauben soll und was nicht. Weil die ganze Zeit habe ich so gedacht, diese, das ist alles nur Fake mit diesen Telefonzellen und so. Da geht überhaupt nichts raus. Irgendwie, sie reden da einfach rein und das war's dann. Und dann habe ich erst gedacht, oh, ist das jetzt doch bei ihm angekommen und hat der ein Auto zurückgeworfen? Aber dann habe ich halt wieder gedacht, hm, oder hat das jetzt vielleicht gar nichts damit zu tun und ist völliger Zufall? Oder ist es irgendwie ein Mix daraus? das Auto wurde ja jetzt nicht irgendwie durch Magie hochgehoben, sondern da kam ja so ein Flug-Dings. Ja, aber ich dachte ja erst gar nicht daran, dass es das Gleiche sein könnte. Sondern am Anfang habe ich erst gedacht, er hätte jetzt ein Auto als Gag vor sie geschmissen, Dr. Manning. Durchaus. Ich meine, deswegen wird ja überhaupt im Himmel mega groß dieser rote Fleck. Genau. Gesehen, dass auch der Letzte versteht das eben, dass der Mars sein soll, zu dem sie empor schaut. Und da wird auf jeden Fall damit gespielt, dass das eine Antwort von Dr. Manhattan sei. Aber ich bin da total bei dir. Ich meine, es kann genauso gut sein, dass der Kurz in eine andere Dimension verschwunden ist und jetzt wieder da ist, genau wie Squitzes regnet. Da bin ich ja auch noch nicht von überzeugt. Das hat man ja uns ja so gesagt, dass die irgendwie aus einer anderen Dimension kommen. Ja. Wer weiß. Dann hat ja Ben gleich gesagt. Vielleicht fliegt auch über die ganze Zeit nur irgend so ein Strolsch herum mit seinem mit seinem Fluggerät und fischt entweder Tonnen von Tintenfischen aus dem Meer und lässt die halt über Toeser runter oder hebt hier mal ein Auto hoch und lässt das dann drei Nächte später einfach woanders runterfallen. Vielleicht gibt es so einen Schelm. Ja. Ja. Also ich persönlich glaube nicht, dass das irgendwie Dr. Manhattan war und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das einfach eine Touristenfalle ist, aber sie eben das Auto runterfallen sieht, nachdem sie diesen Ziegelsteinscherz erzählt hat und dann empor schaut und zum Mars aufblickt, dass es für sie dann eben klar ist, ah, es ist eine Antwort. Aber ich persönlich, ich bin da skeptisch. Ich habe mich ja sogar gefragt, ob es sowas wie Dr. Manhattan überhaupt gibt oder ob das sowieso nur alles Fake ist, aber dadurch, durch das sie jetzt ihn ja kennt, muss es den ja dann wohl geben. Wo wir wieder beim Weihnachtsmann auf jeden Fall mal. Ja, es gab ihn mal, genau. Wie den Weihnachtsmann. Nein, anders als den Weihnachtsmann. Weil sie, also da müsste sie ja jetzt sonst ein, wie nennt man das, unzuverlässiger Erzähler sein und das habe ich nicht den Eindruck. Ja. Nein, die ganze Welt kennt ja Dr. Dr. Manhattan hat doch den Vietnamkrieg gewonnen. Also den gab es auf jeden Fall. Richtig. Das kann ja auch alles nur ein Fake gewesen sein, dass Dr. Manhattan den gewonnen hat und in Wirklichkeit hat ihn Duke Nukem gewonnen. Ja. Aber ja, ich glaube, glaube ich auch. Also dadurch, dass sie ihn kennt, bin ich jetzt überzeugt, den gibt es schon. Aber vielleicht sind die Bilder von mir maß ja falsch. Dass es wieder nur Fake ist. Es ist einfach so eine Kuppel wie in Truman Show. Ah. Und oben ist so eine Laufkatze, die dann immer Autos aufsammelt und irgendwo anders wieder runterkommt. Haben wir denn sonst noch irgendwas erfahren? Es gab noch so ein paar Anspielungen wieder auf Robert Redford und sowas. Aber eigentlich wussten wir das schon alles. Das hat nur der Polizeichef nochmal erzählt. Zum dritten Mal jetzt, wie das mit diesen Redfordations gelaufen ist. Nee, also mir fällt jetzt nix. Nö. Nix Wichtiges ein. Das war eigentlich wieder so eine typische Folge. Es kommt jetzt was ganz anderes, nachdem es beim letzten Mal, hätte man jetzt eigentlich erwartet, wie es weitergeht mit dem Großvater. Und dann ganz am Ende kommt nochmal sowas, was wieder auf den Großvater hindeuten könnte. Vielleicht saß er auch noch im Auto. Na gut, dann haben wir jetzt schon ein Drittel um. Ja, und? Ein Drittel? Achso, der Staffel. Ich dachte, der Folge, die ist doch fertig. Genau, der Serie oder der Staffel, ja. Neun Episoden gibt's. Nun denn, ich bin sehr angetan von der Folge. Ja. Die anderen beiden waren auch schon sehr gut, aber IMDb gibt uns auch recht. Also die Folge hat eine 8,5, die davor haben beide eine 8,0. Oh, okay. Das sind aber auch alles gute Bewertungen, also da kann man ja echt nix sagen. Ja, das da, ich bin mal gespannt, ob überhaupt irgendwas unter einer 7,8 oder 7,5 kommt bei der Serie. Ja. Das ist bisher sehr stark. Oh, krass. Bei Rotten Tomatoes ist das Average Tomatometer 96%, aber das Average Audience Score nur 56%. Das sind bestimmt alles Leute, die die Original Comics mögen und deswegen das scheiße fanden. Kann ich mir vorstellen. Das kann sein. Weil das kann ich nicht nachvollziehen. Bis jetzt gefällt mir das auch sehr gut. Und ich hab ja schon am Anfang gesagt, gerade diese Folge fand ich irgendwie bis jetzt die beste. Aber die anderen waren auch schon gut. Die hier hat halt so ein bisschen so einen leichteren Ton durch dieses Badass-Cop-mäßige. Ja, und das werden halt Sachen aufgeklärt oder weiter aufgeklärt hättest du noch nicht 100% und wenig Neues aufgeworfen an neuen Mystery-Boxen. Weil du gerade 100% sagst. Die Folge hat übrigens 100% bei Rotten Tomatoes. Ja. Ja, zum Beispiel eben was hier Jeremy Irons Charakter angeht. Da wissen wir jetzt okay, wer es ist und dass er in in einer Art Haft sitzt aber das als Spiel deklariert wird und das ist schon so eine kleine weitere Mystery-Box wo er da um rumeiert also wo er ist und was überhaupt da das Spiel ist und jetzt dass er nochmal auf die Jagd geht aber halt ich fand das war nochmal so ein gutes Ordnung schaffen nach einem Drittel der Staffel. Wir haben glaube ich auch noch nie über Jeremy Irons gesprochen weil der uns irgendwie so bekannt ist scheinbar. Wir reden immer von Jeremy Irons aber haben noch nie über den Schauspieler geredet ich bin gerade so ein ich kenne ihn natürlich vor allem aus Stirb Langsam 3 als Gegenspieler Simon Sass mit den versteckten Bomben genau aber er hat ja zum Beispiel auch in der Scheibenwelt Verfilmung den Stadthalter gespielt oder Königreich der Himmel mit hier wie hieß noch der Legolas Mann Orlando Bloom ja genau stimmt oder in tatsächlich obwohl es nur eine dumme Verfilmung ist oder beides dumme Verfilmung ist aber Jeremy Irons ist immer in schlechten Fantasy Verfilmungen wie zum Beispiel in Aragorn wie zum Beispiel in Dungeons & Dragons stimmt in Dungeons & Dragons hat er mitgespielt und er hat gar gesprochen in König der Löwen das wusste ich gar nicht oder in Assassin's Creed sehe ich auch gerade dass er da auch mitgespielt hat weil es wäre Fantasy als eine Spieleverfilmung und er war bei Wetten, dass in Linz zu Gast Hammer das macht es gleich viel besser Hammer aber ist mir ein sympathischer Schauspieler ja das stimmt also ich hätte jetzt gedacht das wäre auch irgendein Shakespeare Schauspieler so ein typischer Englischer ist aber gar nicht wenn ich das so sehe oder sehe ich das falsch ist er glaube ich gar nicht keine Ahnung aber ich teile die eigentlich naja das hat er jetzt aber hier mit der Serie doch so ein bisschen nach ja der Charakter der geht auch in die Richtung ja der hat natürlich auch eine sehr dankenswerte Rolle die er hier spielen darf diesen ja diesen überdrehten überdrehten Typen da ja genau ja ja ich habe den jetzt verwechselt mit Timothy Dalton glaube ich der ist mehr so ein Theaterschauspieler oder Timothy Dalton James Bond laut der Wiki hat er auch ein bisschen Theater lustigerweise um auf deinen Satz von gerade zurückzukommen Irons has worked with the Royal Shakespeare Company three times in 1976 86 87 und 2010 na gut aber da steht nicht was er gespielt hat er hat zum Beispiel im Jahr 2006 die Opern Version von George Orwell 1984 gespielt okay also doch er kann sogar Oper typischer Engländer er kann alles und und bei Wetten dass dabei gewesen 1994 Gipfel seiner Karriere danach nach Gottschalk geht alles bergab sogar Gottschalks Karriere ging nach Wetten dass bergab traurig gut gut haben wir noch was also ich nicht habt ihr noch irgendwelche Erkenntnisse Phil nicht der hat ja schon alles erkannt gut dass halt die die Polizei Identität Identitäten nicht nur in Tulsa bekannt sind sondern auch beim FBI und so weiter aber mehr und dass das tatsächlich so ein lokales Ding da ist das hat man ja jetzt eigentlich auch erfahren der Senator hat gesagt das wollten sie vielleicht andere wollen das auch ausweiten auf andere ja aber dass halt die Regierung da nicht so ganz also dass es da noch keine Einheit gibt deswegen sollte er will er ja vielleicht ins Präsidentenamt weil wenn das FBI schon so eine Vigilante Squad hat und die ich nenne es mal vielleicht Leiterin dessen auf Ohr hat eine hohe ein Senior Agent in diesem Squad schon sagt ja ob jetzt maskierte Polizisten oder eben Selbstjustizler da ist ja kein Unterschied zeigt ja schon dass dieses Konzept über die Stadtgrenzen hinaus nicht so unbedingt nicht so 100% akzeptiert ist aber hatte ja auch nur Tulsa das Massaker gerne ja gut dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder genau nächste Episode finde ich nur lustig deshalb will ich das direkt sagen geschrieben von Damon Lindelof getitelt if you don't like my story write your own und damit verabschieden wir uns bis denn adieu tschüss bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.